Weil wir hier nichts anderes zu tun. Wir können ja mal zum Himmelsbaum gehen. Erst wenn die uns da sicher nirgends hinlassen. Na mal mal zu schauen. Ein Rispol. Was eine Beratung! Das ist eine große Kolonie, mit vielen Bäumen, in Symbiose. Ich habe nie gesehen eine Kolonie dieser Größe in Vitality. Die meisten Kolonien hätten aus dem Inneren gekämpft, um zu hollige Vestigen. Okay. Was ist denn? Ist das hier gekommen um den Himmelsbaum hinauf zu klettern? Es tut mir leid. Aber nur jene, die an Ue Nui geboren wurden, dürfen auf den Baum klettern. Ich muss euch bitten, die Bräuche unseres Volkes zu respektieren. Und in Frieden zu gehen. Natürlich. Weil die das trotzdem wachten. Ich versuche hier zu schlafen. Wenn du eine Frage hast, werdet dich an die anderen Typen tun. Die Hüte arbeiten in drei Schichten. Und um die Uhr. Morgens, Tags und Nachts. Ich habe die Nachtschicht. Also wie wäre es, wenn du mich jetzt schlafen wirst. Ich stehe vor den Himmelsbaum. Unsere Pflicht ist es, dafür zu sorgen, dass dieser heilige Baum nicht zu zweit wird. Wir dürfen nicht zulassen, dass von Fremden geklommen wird. Bitte respektiert die Bräuche unseres Volkes und geht in Frieden. Halt! Stehen bleiben! Ich habe den Himmelsbaum. Unsere Pflicht ist es, dafür zu sorgen, dass dieser heilige Baum nicht zu zweit wird. Wir dürfen nicht zulassen, dass von Fremden erklommen wird. Na ja, habe ich schon verstanden. Ich wollte heute mit den Kinderheiten reden. Herr Schöpel, aber es ist Kistenes zu sehen. Und ja, wenn Trachten fällt, ja, das ist in eine Kiste etwas hin. Oh. Die nächste Sternenkarte. Hier sah ich aus dem Magnum. Ich habe euch auch eine gesehen. Ich habe es gar schon zwei übersehen. Ja, ich wollte doch nur mit dem Mädchen da vorne sprechen. Egal. Dann gehen wir halt noch mal. Ich habe besorgen und gucke mir meine Kekse. Keine Ruhe. Na, mir soll es recht sein. Wahrscheinlich hier irgendwo ein Fress. Ähm. Das war leider nicht gekämpft. Ich sehe irgendjemand kommen, meine Kekse zu kaufen. Oh. Da ist auch jemand zurückgekört. Ihr wart nicht zufällig kommen, meine Kekse zu kaufen. So. Genau deswegen sind wir hier. Äh. Zu mir leid wegen neulich. Äh. Nichts. Ja. Wenn ich jetzt ein paar von diesen Kurama Keksen bin. Tja. Um ehrlich zu sein. Ich war neulich tatsächlich ein bisschen beleidigt. Aber. Na schön. Mit dem Kuchen kann ich nichts. Ja. Unglücklicherweise sind mir jedoch die notwendigen Zutaten ausgegangen. Um Kurama Keks zu bauen. Brauche ich den Samen des Himmelsbaums. Wie der Samen sind es meistens selten. Kuchenwerkekse sind nichts umsonst gelegen. Um es kurz zu machen. Bringt meinen Himmelsbaumsamen. Und ich packe. Ich leckere Kekse. Dann brauchst du einen Himmelsbaumsamen. Kein Problem. Dann gleich zurück. Ja. Wir haben fast Himmelsbaumsamen gefunden. Ja. Schlafgemachte Königin. Das ist. Ich hatte nicht gedacht. Was. Entfinde es. Wirklich nicht. Also gut. Ich brauche kurz zum Sport. Ich brauche sie sofort. Was hier. Wirklich nicht. Oh. Die sind fertig. Ja. Das ist wohl die legendaren Kuramaikekse. Das ist der neuer Gegenstand halt ein Koma-Texer. Es gibt sogar noch ne Kamera, interessant. rechnen müssen wir hier aufziehen aber irgendwie richtig krönig na gut müssen wir uns rechts zahlen die kekse auf zurück gerade eine rechte stammbarung gerade jetzt hat mir jetzt eine familie vollständig will noch jemand der seit vielen hat noch sehr viele namen und dann geben wir natürlich die kekse hier ich habe was für dich oh das sind dann kommen wir mal kekse ich habe noch nie welche gesehen vielen dank ich werde es gleich zum militär bringen lieber schutzengel ich habe schon das was erwartet würde jetzt dann hat mein gebiet der herz welches hemmelsblumen bekommen wenn ich mir ziemlich groß wird zu herstellen vielen dank euch allen danke schutzengel ich werde gleich zu groß mitzugehen natürlich ja ja wir haben nur lang genug gelebt erlebt man die interessantsten sachen zumindest würde ich das gerne glauben aber ja ja ich werde das sagen aber wir sind nicht nahig genug okay aber das war meine schutzengel um da hat es dann Spaß komm erst raus woher was ist denn hier das jetzt mal ich habe das Wasser aber es ist in der Regel nicht wieder zu laufen nur weil jemand kekse auf einem altar liegt das war ich habe schon ein ganzes Beile an demokrates gearbeitet alles probleme habe ich niemals gefunden und gehoben weil es nicht wirklich wichtig weil es nicht wirklich wichtig erzählt zu mir für die die nicht die nicht saubergeschafft übrigens hier wartet doch auf der Einseler oder nicht wahr und siehst wieder in ihrer Hütte warum schaut sie nicht bei ihr vorbei oh das steht ganz schön auf mir für was hm hm das soll es ja einfach sein dass er das Wort gekriegt hat ich will ihm nicht den Glauben und die Hoffnung von jemandem zerstören den er gerne hat wie hm nichts was sind das jetzt diese Baugesuchungen ja natürlich ja die Baugesuchungen möchte ich schon noch mitnehmen die das das die die das ist ja das 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 die das dann war ja okay dann gehen wir natürlich zu dieser einzigler oder ja ich geh noch mal zu schauen was ich noch bekommen für der anderen Verbrenz stellen wir Graz wieder her ja ich will jetzt nicht erstellen gerade und es gehört auch schweißen ok gehört schweißen hätten wir jetzt nicht gebraucht trotzdem dass die Anziehung so Nein. Ja, wir machen was wir können, wenn es unsere Pläne ist. Sieht so, wie du eine Deathwischt hast. Wir gehen nicht so schnell. Es ist egal, wer wir gegen. Hmm, könnte es schlimmer sein, glaube ich. Los geht's. Huh? Hey! Hey! Where are you, we going? The Celestial Tree. To see it bloom. What? Why? To get the End Magnus. That's what we're here for, isn't it? Hey! Wait! Wait! You haven't even told us your name. What's your name? My name? It's... Savina. Follow me. Who is she anyway? Kinda weird, isn't she? Hmm... Let's follow her. We've got nothing to lose. Savina ist jetzt im Team. Jetzt haben wir einen Charakter gefunden. Huh... Oh... Ach... Achy, ich kann... Sehen Ich zeige mir, mir schauen wir schon mal ab wie wir von Planen ähm 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 die Kreese heilen wäre auch relativ gut aber ich würde ja auch zu gut heilen, von dem er nicht so nützt Ich glaube, dass das Wasserraut ist nur noch, dass hier auch doch ein bisschen lauter ist mhm ist nicht ganz toll Jetzt nehmen wir uns das blühende Blüten an Die Spring in Sadal Sud Die Cave in Diadem Hier in Anuanue sind die Bäume Water Air Wood Was ist auf der Grund, Chella? Oh, es ist nichts Es ist wirklich hier? Es ist wirklich hier? Es ist die Third End Magnus hier irgendwo? Hey! Hold on, Savina! Where do you think you're going? This area is off-limits Strangers aren't allowed to set foot here Turn So, you're one of the keepers, huh? Of course Please don't make things difficult Mayfie has caused enough trouble already Mayfie? What's wrong? She seems to have gone up the tree on her own Her grandmother fell sick all of a sudden Her grandmother fell sick all of a sudden Tree vermin have really been worked up lately Which means it's extra dangerous Climbing the tree without permission is strictly forbidden Even for experienced keepers She must have gone looking for buds from the celestial tree No! Wait, Savina You can't go Sorry lady We're in a bit of a hurry here I'm sorry Please excuse us Don't worry We'll find Mayfie for you And bring her back Save- No! Wait! All of you! Don't say I didn't warn you Oh dear